Russland hat die angebliche Anwesenheit von US-Journalisten und Soldaten auf seinem Territorium kritisiert und erklärt, dass dies den Behauptungen der USA über eine Nicht-Einmischung in die laufende grenzüberschreitende Operation der Ukraine widerspricht. Am 6. August startete Kiew einen überraschenden Einmarsch in die russische Region Kursk. Seitdem hat es nach eigenen Angaben Dutzende von Siedlungen unter Kontrolle gebracht und rückt weiter tief hinter die feindlichen Linien vor. Das russische Außenministerium bestellte am Dienstag Stephanie Holmes, die stellvertretende Missionsleiterin der US-Botschaft in Moskau, ein. In einer Mitteilung auf seiner Website äußerte das Ministerium seinen starken Protest gegenüber Holmes in Bezug auf die provokativen Handlungen amerikanischer Reporter, die illegal in die Region Kursk eingedrungen sind, um propagandistische Berichte über die Verbrechen des Kiewer Regimes zu erstellen. Das Ministerium behauptete außerdem, Beweise für die Beteiligung eines privaten amerikanischen Militärunternehmens an der Seite der ukrainischen Streitkräfte bei der Invasion des Territoriums der russischen Föderation gesehen zu haben. Private Militärunternehmen sind nichtstaatliche Organisationen, die gegen Bezahlung Kampfdienste oder Sicherheitsdienste anbieten. Sie haben auf beiden Seiten des anhaltenden Russland-Ukraine-Kriegs eine bedeutende Rolle gespielt. Die Wagner-Gruppe, das größte private Militärunternehmen in Russland, war in den frühen Phasen des Konflikts eine sichtbare Präsenz an der Front und ihre Söldner wurden berüchtigt für ihre rücksichtslose Behandlung sowohl ukrainischer Soldaten als auch Zivilisten.